Musik Guten Morgen liebe Schüler und Schülerinnen. Heute ist der dritte Tag unserer Indoor-Trainings-Einheit. Wir gehen zunächst einmal in den Unterarmstütz und werden unsere Hüfte von rechts nach links bewegen. 3 mal 30 Sekunden. Anschließend legen wir uns auf die Seite. Hände abwinkeln, Arm abwinkeln und wir bringen Oberkörper und Beine zur Körpermitte. 20 Wiederholungen auf der Seite und 20 Wiederholungen auf der linken Seite. Davon auch 3 Durchgänge. Anschließend geht es in den Stand. Wir werden mit dem rechten Bein einen Ausflusschritt nach vorne machen und nach hinten. Nach vorne, nach hinten. 5 Schritte nach vorne mit dem rechten, 5 nach hinten. Danach kommt das linke Bein. 5 nach vorne, 5 nach hinten. Davon auch 3 Durchgänge. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Denkt dran, ihr könnt eure Übungen, die ich bisher gezeigt habe, immer wieder mal kombinieren. Und dann hören wir und sehen uns am Montag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.